Was tue ich, um Streit zu vermeiden? Ich gehe weit weg, ohne jemanden zu beleidigen. Eine Beleidigung macht mich traurig, eine Beleidigung ist böse. Das Herz hängt an zu kochen wie Pommes in der Fritteuse. Ich frag, warum du mich beleidigt hast. Es ist eine große Last, wenn du mich hast. Gewalt ist schlecht, Gewalt tut weh. Ich zauberle, liebe, liebe Lieder wie eine große Fee. Am besten sagst du, ich will keinen Schreit anfangen. Schlimme Wetter sind wie Gummibänder beim Anspann. Wenn du sie nicht halten kannst, dann fliegen sie weg. Und der, der beleidigt wurde, bekommt einen Schreck. Die Wörter sind wie Greckenspeck. Und an dem Müll ist was, was nicht schmeckt. Ich will dir essen was für Schwecke, Beispiel Spaghetti. Wenn es gut schmeckt, wie die Wörter, ist alles Paletti. Ich kläre einen Streit, in dem ich schreib. Über Hass und Gewalt, ich sage Halt. Ich kläre einen Streit, in dem ich schreib. Über Hass und Gewalt, ich sage Halt. Ich kläre einen Streit, in dem ich schreib. Über Hass und Gewalt, ich sage Halt. Ich kläre einen Streit, in dem ich schreib. Über Hass und Gewalt, ich sage Halt. Ich möchte keine selbst Menschen hassen und ärgern. Ich will ihnen helfen und sie füllen. Ich versuche, sie alle gleich zu behandeln. Ich kann das. Was heißt denn, ist seltsam oder anders? Wenn einer behindert ist oder neu ist, ich halte zu ihm und zeig ihm, wie man treu ist. Wenn einer farbig ist oder komisch redet, jemand spricht in einer anderen Sprache und niemand versteht es. Jemand ist ungewöhnlich, wenn er zu klein oder dick ist. Doch das sagt nicht, dass er nicht schick ist. Wenn einer mit nur einer farben Schacht gegen sie spielt. Wenn jemand wach ist und selbst Versprüche führt. Ich gehe auf ihn zu und frage ihn. Wollen wir Freundschaft schließen und so trage ich ihn. Ich bin nett zu ihm, helfe diesen Menschen. Ich verteidige ihn und helfe ihm am Ketzen. Ich kläre einen Streit, in dem ich schreib über Hass und Gewalt, ich sage Halt. Ich kläre einen Streit, in dem ich schreib über Hass und Gewalt, ich sage Halt. Ich schreib über Hass und Gewalt. Ich schreib über Hass und Gewalt. Ich schreib über Hass und Gewalt.